Habe ich das Gesetz gebrochen? Was ist ein Gesetzesbruch? Die Doleros schreiben ihr eigenes Gesetz. Sie halten sich nicht an die Regeln der Zentralbank. Es gibt einen Ehrenkodex, das Wort zählt. Wenn ich an meinem Schreibtisch saß und anfing, Telefongespräche zu führen, war es, als würde ich ein Orchester dirigieren. Es ist wunderbar. Man kauft und verkauft Geld. Und weiß nicht mal, wer am anderen Ende der Leitung sitzt. Aber diese Person vertraut darauf, dass man sein Versprechen hält. Es heißt nicht umsonst White-Collar-Kriminalität. Man sieht stets sauberer aus, als man ist.